Armut. Der letzte Heimsieg Mitte November, das 3 zu 0, just gegen diese Schalker. Und die Saarbrücker fahren ganz gern auf den Betzenberg, denn das ist ein Nachbarschaftsduell. Außerdem sind sie in der Rückrunde bisher ungeschlagen und sie erinnern sich besonders gern an das Hinspiel. Da haben sie die Lautrahr 2 zu 0 besiegt und Eric Vinalda, er schoss beide Treffer und löste an diesem Tag, spätestens an diesem Tag, Oscar Lafontaine, nämlich als Sunnyboy des Saarlandes ab. Es ist natürlich auch die Geschichte des Wudi Wuttke, er kehrt zurück auf den Betzenberg. Dort hat er fünf Jahre gearbeitet und ging dann etwas unzufrieden nach Barcelona. Und die schönste Sache des Lebens für einen Fußballspieler hat er sich extra für den 23. Bundesligaspieltag aufgehoben, nämlich sein erstes Saisontor. Markus Jestädt ist unser Reporter auf dem Betzenberg. Das ist das Sünderbänkchen, auf das die Lautra Wolfram Wuttke im November 1989 schickten. Nach all seinen Eskapaden. Den Rasen auf dem Betzenberg sah Wuttke dann nur noch so. Fünf Wochen später wurde er dann nach Barcelona verkauft. Drei Jahre und zwei Monate vergingen das Wiedersehen mit Lautrans Fußballberg und Wuttkes Anhängern von einst. Zuneigung ist halt auch im Fußball vergänglich. Übrigens Wuttke heute Kapitän für den plötzlich erkrankten Libro Kostner. Wuttke wird am Dienstag einen neuen Einjahresvertrag in Saarbrücken unterschreiben. Der erste FCK musste auf den gesperrten Wagner verzichten, dennoch der erste Angriff kam über links. Wittecek und abschließend tut Jan Eriksson. Drei Minuten vorüber. Saarbrücken hatte in der ersten Viertelstunde kaum Zeit, um Luft zu holen. Lautern mit Wille und Einsatz. Bjerne Goldbeck, der fleißige Eriksson, Wittecek und wieder Jan Eriksson. Der Schwede sollte sich ansonsten um Wolfram Wuttke kümmern. Apropos Wuttke. Er probierte sich zunächst an der hohen Kunst des Fußballspielens. Allerdings vergebens. Saarbrücken abwartend auf Fehler von dem ersten FCK lauernd. Und die kamen. Hier Duli und Wuttke funkeln im Missverständnis. Savicev vorbei an Katletz, vorbei an Serr. Das 1 zu 0 für Saarbrücken in der 22. Minute. Die erste Chance gleich ein Tor. Ungewöhnlich für Saarbrücken. Allerdings begünstigt durch das Zaudern von Funkel und von Libero Katletz. Am vergangenen Freitag gegen Uerdingen brauchte Savicev gleich ein halbes Dutzend für einen Torerfolg. Hier war es jetzt eine hundertprozentige Ausbeute. Der Torschütze und sein Kapitän. Rainer Zobel hatte versucht, den Druck des unbedingt Gewinnenmüssens von der Mannschaft zu nehmen. Doch nun trat das Gegenteil ein. Richter verliert den Ball gegen den starken Zechel. Juri Savicev. Gegenspieler Wolfgang Funkel in argen Nöten. Und Saarbrücken kam weiter. Christel, Henning Bürger. Sieht Wolfram Wuttke. 25 Meter. Ein Tor am Betze. Das wär's doch. Lautern verkrampfte immer mehr. Kaum noch Chancen. Vibro Katletz und Marcel Wittecek. Die große Ausnahme. Torwart Brasas. Den Ball nicht ganz getroffen. Wir sehen es in der Zeitlupe. Lediglich ein paar Sandkörner finden den Weg ins Tor. 0 zu 1. Pause. Einem hat Spaß gemacht. Schiedsrichter Hans-Peter Delving. Zweite Halbzeit. Typisch diese Szene aus der 60. Minute. Lauterer Bemühungen am Saarbrücker Strafraum. Katletz. Goldbeck. Dann musste das Denkmal gehen. Stefan Kunz ausgetauscht gegen Markus Marien. Mutig, aber richtig. Der Wechsel. Thomas Christel und Bjarne Goldbeck. Das Derby erhielt nun seine kämpferische Note. Der ausgezeichnete Hans-Peter Delving beließ es bei mahnenden Worten. Statt Fingerspitzengefühl, Mundgefühl. Kaiserslautern jetzt nur noch durch Freistöße gefährlich. Vogel und Jan Eriksson. Torwart Brasas. Der schwedische Nationalspieler mit seiner dritten Chance zum dritten Mal vergeben. Die 74. Minute. Der Kapitän geht von Bord. Wuttke erschöpft. Michael Kretzer kam für ihn. Zwei Minuten später. Erste Zobel-Rausrufe wurden laut. Eriksson. Richter. Marcel Wittitschek und Bjarne Goldbeck. Der Ball ist im Tor. Jubel auf der einen. Heftige Proteste auf der anderen Seite. Denn der Linienrichter hatte die Fahne gehoben. Diskussionen. Schließlich gibt Schiedsrichter Delving diesen Treffer. Und wir schauen uns an, warum der Linienrichter gewunken hatte. Marcel Wittitschek stand im Abseits. Er greift zwar nicht ins Spiel ein, doch er behindert Torwart Brasas. Schiedsrichter Delving saß allerdings anders. Ja, der Linienrichter-Kollege zeigte eine Abseitsstellung eines Kaiserswerterner Spielers an. Diese Abseitsstellung habe ich auch wahrgenommen. Da es aber für mich eine passive Abseitsstellung war, habe ich dieses Tor anerkannt. Erst jetzt feiteten die Roten Teufel. Eckball Goldbeck. Markus Marien. Vogelfeldscht ab. Torwart Brasas reagiert exzellent. 1 zu 1 ein mittelmäßiges Derby. Dennoch Peter Neururer und Wolfram Wuttke feierten. Während Rainer Zobel die Ruhe der Kabine suchte. Fragen von Frank-Thomas Sippel. Ich bin mich nur enttäuscht, ich bin sogar sauer. Warum? Ja, weil ich es einfach nicht verstehen kann, wie man seine Selbstsicherheit, die man hat, in Gladbach einfach in Gladbach lässt und zu Hause Angst hat und von der Vosität zittert. Das verstehe ich nicht. Im Städte vom 0 zu 1 waren ja sogar Aufhören und Zobel rausrufe. Tut das weh? Ja, es tut natürlich weh. Ich bin hier nicht hergekommen, um mich hier auffordern zu lassen, wieder wegzugehen. Das ist natürlich klar. Aber die Zuschauer haben recht, wenn sie so eine Leistung in der ersten Halbzeit sehen, und letztendlich mich dafür verantwortlich machen. Das ist eine ganz normale Reaktion des Publikums und sie haben recht einfach.